Hallo aus Hannover. Wir sind hier auf der FLIP-Mitgliederversammlung. FLIP steht für Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen. Gerade ist Kaffeepause und neben mir habe ich einen FLIP-Mitglied, einen Blower-Domessdienstleister getroffen, Sascha Dreher von Bauenergie. Warum bist du hier? Naja, zum einen, weil ich mal Mitglied hier im FLIP bin und das wiederum bringt mir eben den Vorteil, ich kann mich austauschen mit anderen, ich kann mich weiter bilden und das alles auf recht hohem Niveau. Und hier wird ja viel diskutiert, viel technische Sachen werden diskutiert, aber auch es geht auch hier irgendwie so um diesen gesellschaftlichen Auftrag, die Baukultur zu verändern, bessere Häuser bauen und also das macht ihr nicht als Blower-Domessdienstleister, ihr baut nicht, aber überprüft die Qualität. Wie können Blower-Domessdienstleister die Baukultur positiv verändern? Naja gut, die Blower-Domessdienstleister steht ja nicht am Anfang des Prozesses, sondern eher am Ende, also eine Prüfung, eine Qualitätsprüfung. Die Luftdichtheit steht im Vordergrund, welche wir dann eben überprüfen. Schön ist es immer, wenn wir baubegleitend das Ganze prüfen können und nicht erst kommen dürfen, wenn schon alles fertig ist, dann ist es schwierig mit dem Verbessern. Insofern verändern wir letztendlich durch Lösungsvorschläge baubegleitend dann eben, wenn wir Leckagen aufspüren und bringen da eben die Vorteile der Luftdichtheit oder des luftdichten Bauens mit nach vorne. Vielen Dank und viel Spaß noch auf der Mitgliederversammlung. Gerne. Und wenn Sie mehr über luftdichtes Bauen, Plan und die Qualitätsüberprüfung wissen wollen, schauen Sie doch auf luftdicht.info.